Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine gesunde Erdnussbutter bzw. auch Erdnussmus selber ganz einfach machen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal brauchen wir 300 Gramm geröstete Erdnüsse, welche ungesalzen sind, 20 Gramm am besten Erdnussöl, das kann aber auch neutrales Öl wie zum Beispiel Sonnenblumen oder Rapsöl sein, einen Viertel Teelöffel Salz und wenn man es etwas süßer haben möchte, dann noch einen bzw. auch einen halben Esslöffel an Honig. Falls du übrigens frische Erdnüsse mit Schale verwendest, dann diese erst einmal komplett schälen, danach in eine beschichtete Pfanne geben und das Ganze einmal goldbraun anrösten. Wichtig dabei, wir brauchen hierfür kein Öl und sie sind eigentlich wirklich fertig, wenn sie optisch goldbraun wie gesagt ausschauen bzw. auch nussig riechen. Jetzt geben wir die abgekühlten Erdnüsse aber erst einmal in unseren Behälter für den Mixer, in meinem Fall ist das ein Thermomix, kann aber ruhig auch zum Beispiel ein Behälter für einen Pürierstab sein. Und anschließend zerkleinere ich es einmal für 10 Sekunden auf sehr hoher Stufe, bei mir Stufe 10. Danach gebe ich die restlichen Zutaten wie hier zum Beispiel das Öl, das Salz und natürlich auch meinen Honig für die Süße noch hinzu und ich vermische es dieses Mal für 30 Sekunden auf mittlerer Stufe, bei mir Stufe 6. Nach dem Mischen muss ich die Erdnussbutter am Rand erst einmal mit so einem Spatel hier noch schön nach unten schieben und dann zerkleinere ich den Inhalt noch einmal für 30 Sekunden auf Stufe 6. Falls du die Erdnussbutter hier jetzt noch etwas cremiger haben möchtest, einfach noch einmal für 30 Sekunden lang mixen. Ich bin aber ein großer Fan, wenn da so kleine Erdnussstücke mit drinnen sind, also wenn das Ganze etwas crunchy ist, weswegen es bei mir soweit passt und jetzt fülle ich das Ganze einmal noch in so ein Einmachglas um. Und somit haben wir jetzt unsere Erdnussbutter auch schon selber richtig gemacht, welche verschlossen so für knapp 6 Wochen im Kühlschrank haltbar ist. Wenn du für zu Hause jetzt übrigens einen neuen Mixer, solche Einmachgläser, Erdnussöl und auch Bio-Erdnüsse zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Marken erstellen zum relativ günstigen Preis und das Beste war, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in Geschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesem Tersil hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.